Es gibt so seltsame Leute wie mich, aber es gibt auch so richtige, richtige verrückte Leute, die ballern. Und es ist jedes Mal interessant zu sehen, wie sich die Dynamik ändert in so einem Waggon. Vorher ein ganz normaler Waggon und dann kommt so eine verrückte Person rein. Und du merkst schon am Gang, irgendwas ist seltsam, irgendwas ist komisch, irgendwas ist weird. Die scannt so den ganzen Raum nach dem schwächsten Glied in der Kette und gucken, wen können wir hier voll labern. Und jeder geht in seinen komischen Ignoriermodus. Und so, nein, die Person gibt es hier gerade nicht, nein, nein, ich darf gar keinmal hingucken. Nein, nur das ist immer noch ein Mensch, ist ja immer noch ein Mensch und der kommt mit dieser Isolation nicht klar. Und was dann passiert ist, die sagen ihren Verrücktheitssatz. Die sagen dann sowas wie, aber die Kartoffeln waren im Angebot. Ich habe da geguckt, die Kartoffeln waren am Angebot, ich habe da geguckt. Und jeder ist so, ja, wir haben alle geguckt, wir wissen alle nicht, warum. Ich steig, ich steig aufs Kreuz ein, es kommt ein Pärchen rein. Und das erste, was die Frau zu diesem Typen sagt, laut, Isering waren rein, laut. Es wird ein bisschen vulgär und ich zitiere einfach, was sie sagt. Sie wäre so, wäre dein Schwanz nicht rangenäht, hätte ich es ihm längst irgendwo drin stecken lassen. Und ich war so, nee, da hat sie meine Aufmerksamkeit, da höre ich, da höre ich doch gerne zu. Drei Euro jetzt schon gelohnt. Und meine Gebete wurden erhört, Treptower Park, steigt der nächste Typ ein. Und es war ein Musikant, aber er hatte einfach so eine Guitar Hero Gitarre. Also einfach so eine Spielzeuggitarre. Nicht mal ein Instrument, was spielt. Und hat dann wirklich angefangen, Smoke on the Water zu performen. Mit seinem Mund so. Und hat die Dreisheit, nach Geld zu fragen. Also so, bleib vor diesem, geht dann so mit einem Becher, so Leute, krapelt die Leute, bleib vor diesem Pärchen stehen. Guck diesen Typen an und sagt so, ey man, ich kenne dich aus dem Knast. Und ich war so, und in dem Moment ist ein neues Universum entstanden, wirklich. In dem Moment.